momo in ein zwei worte von mir immer zu diesem kleinen epiliergerät epilator das ist das gute schlück von der marke flent ist relativ selbsterklärend wir haben oben eine kleine lampe mit der können wir das ganze dann relativ simpel und einfach steuern und alternativ haben wir natürlich nur diesen einschaltknopf kann das ganze hier aufladen und läuft über akku nicht mit batterien was ich auch ganz nett finde und ansonsten funktioniert das ganze soweit ganz gut und ihr könnt euch mal das anschauen jetzt sieht man hier auch direkt die lampe leuchtet das ganze dreht sich ein bisschen wenn man es nutzt aber im endeffekt macht es den job und darum geht es am ende des tages